Hallo ihr Unlustigsten der Unlustigen, mein Name ist absolut unlustig und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesem wunderschönen Minecraft Let's Play mit dem Twist, dass wir eine lustige Challenge in jeder Folge machen und warum steht hier ein Skelett? Bruder, was willst du hier? Ja, einfach mal anklopfen oder was? Genau, mit dem Twist, dass wir jede Folge eine lustige Challenge machen. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier so buffed aussehe mit der heftigen Chain Rüstung und dem Schwert und dem Schild, auf der Chain Rüstung ist by the way hier sogar noch Blast Protection, das liegt daran, weil ich schon eine wunderschöne Folge aufgenommen habe. Die Folge war ganz schön, ich zeige euch gleich draußen, was so passiert ist. Dabei habe ich aber sowohl mit meinem Mikrofon den Sound aufgenommen, als auch mit dem Playstation Controller und das ist ein absoluter Absturz. Das will ich niemandem antun, das wollen wir uns nicht anhören, aber in dieser Folge habe ich eben gegen ein Zombie gekämpft, das diese nice Chain Rüstung hatte. Das hat es dann auch fallen gelassen, mega gut. Und darüber hinaus habe ich sogar Pillager angegriffen, weswegen ich hier auch diesen lustigen Effekt gerade habe. Aber dafür haben wir jetzt auch diesen niceen Pillager Banner. Gut, die Challenge, die wir in diesem Video gemacht haben und auch dieses Video machen werden, ist, dass wir von Monstern keinen Schaden bekommen dürfen, aber jeden Fight mit Monstern aufsuchen. Deswegen musste ich auch die Pillager angreifen, was ja eigentlich dumm ist. Also auch von diesem Herrn Skelett hier keinen Schaden bekommen und das Video kann jetzt direkt vorbei sein oder weitergehen. Wir werden sehen, wie jetzt dieser Kampf hier ausgeht. Mach die Tür offen. Gut, das war easy und hier sieht man dann jetzt auch nochmal ein bisschen mehr, was passiert ist in dieser Welt. Ich habe viel Holz gefarmt, vor allem da hinten, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, da war ja dieser Wald, wo wir ein bisschen Holz farmen wollten. Das ganze Holz habe ich dann hier angepflanzt und wir haben weiter an dem Haus gebaut. Im Grunde habt ihr aber da gar nicht so viel passiert. Ich kann hier mal so einen kleinen Rundumding zeigen. Ja, schön fresh, ne? Und das Ganze machen wir auch weiter. Solange Tag ist, bauen wir an diesem Haus. Sobald Nacht ist, jagen wir ein paar Monster. Aber bis dahin nehme ich hier mal wieder das Schild weg. Ich mag das nicht, wenn es da drin ist. Kommt einer von euch aus den Minecraft-Zeiten, wo man mit dem Schwert blocken konnte? Wisst ihr so richtig schön? Wow, so. Wo sind deine Augen, Bruder? Junge, der blinzelt so komisch immer. Aber wo man immer so schön mit dem Schwert blocken konnte, das waren die Zeiten, ich sage es euch. So, okay. Wie geht es jetzt hier weiter? Ihr müsst wissen, für dieses Haus habe ich eine Vorlage aus einem YouTube-Video, was ich mir nebenbei angucke. Und hieran baue ich jetzt, wie gesagt, weiter. Das Ganze seht ihr in der Timelapse. Also viel Spaß dabei und bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So, es ist Nacht. Ups, da bin ich gefallen, aber das war kein Schaden von einem Monster. So sieht es bisher aus, unser schönes Haus hier. Wir equippen mal schnell das Schild und sehen zu, dass wir hier nicht sterben von irgendwelchen Tierchen. Aber wir greifen jedes Monster an, vor allem die Endermen, und gucken denen tief in die Augen, denn das ist die Challenge. Am besten nutzen wir die Nacht, um mal unsere Gegend hier ein bisschen auszuleuchten, damit wir hier nicht so viel im Dunkeln tappen. Außerdem brauche ich noch zwei Eisen, und mit zwei weiteren Eisen können wir hier Milch von der Kuh nehmen und dann diesen Bad Omen-Effekt mal wegkriegen. Das wäre ganz gut. In der letzten Folge habe ich hier übrigens eine Höhle gefunden, und dort war das Eisen her. Boah, ich dachte gerade, da habe ich gerade gefragt, was das für ein Geräusch war, dabei war es nur hier dieses dumme Lama. Also, slashen wir mal unseren Weg hier durch die Gegend und suchen ein bisschen nach Eisen. Vielleicht finden wir ja noch irgendeine Höhle, aber bei dem Creeper sind wir ein bisschen vorsichtiger. Komm her! Einmal noch. Jawoll. Dann noch dieses Zombie hier, aber noch sehe ich hier keine Endermen. Wo sind die denn wieder hin? Da ist einer! Da! Komm her! Komm her! Ich will dich angucken. Ja, er sieht mich, er sieht mich. Was? Als ob jetzt schon! Haben sie etwas. Ich will dich ermahe. Bis zum nächsten Mal.